ja moin leute servus und herzliches willkommen zu einem neuen video schön dass du da eingeschaltet hast wie versprochen geht es tagtäglich weiter für sportwetten am donnerstag du siehst zwei live streams die sind jetzt wenn du das video siehst schon wieder entfernt von youtube aber ich habe mich heute früh mal probiert an live streams und das ganze wird wie versprochen kommen da muss ich mich erst noch mal kurz und knapp rein finden aber das wird geschehen heute kommt ein zweiter laptop so dass dies dann auch möglich ist wirklich professionell auch gestalten zu können ansonsten was ging gestern abwerten soweit ich noch weiß den fsv zwickau tipp gegen viktoria berlin das ganze ging unentschieden aus so dass es cashback gab was waren die wetten vom gestrigen video und zwar wurden diese zwei spiele am häufigsten gewählt und zwar wälze gegen türkische münchen mit sechs stimmen insgesamt gerne wie immer umso mehr leute abstimmen und natürlich umso besser der kanal muss natürlich erst mal wieder zum laufen kommen und als zweites spiel osnabrück gegen bvb 2 das ist auch mein favorit muss ich euch ehrlicherweise sagen von diesen spielen deswegen werde ich dies mit aufnehmen insgesamt in die statistik du siehst hier im hintergrund wir haben schon einiges jetzt mit dieser strategie angespielt wie du im hintergrund sehen kannst wir hatten hier mal diese down phase wäre diese nicht gewesen würde die statistik wirklich sehr sehr ordentlich aussehen muss man natürlich dazu sagen ich bin weiterhin davon überzeugt dass diese art von strategie mit mehr expertisen einfach sinnvoller ist als wenn eine person ihre wetten nur abgibt deswegen suche ich immer für euch die besten aus meiner sicht sinnvollsten wetten raus und gebe noch meine expertise mit dazu und dann gemeinsam wird das ganze entschieden deswegen gerne immer am abstimmen 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 ansonsten kannst gerne auch meine telegramm gruppe beitreten in der video beschreibung ist völlig kostenlos wirklich immer aktive diskussionen kann ich nur empfehlen und ja gerne einfach mal reinschauen ansonsten haben wir einige spiele vor und zum heutigen tag aufgrund der tatsache dass am morgen tag die ue von europa qualifikation und diese komische conference league qualifikation stattfindet die schauen wir uns natürlich beide mal kurz und knapp an heute findet noch die champions league qualifikation statt ist aber an sich jetzt nicht sonderlich quotentechnisch interessant ansonsten würde ich sagen gehen wir rein wir haben natürlich heute noch die spiele da schauen wir uns dann mal an was passiert wie gesagt mein favorit ist heute dortmund das ganze werde ich auch hier mit aufnehmen gehen jedenfalls auch mit einem kleinen betrag anspielen video dazu in sachen einsatz findest du auf meinem channel ansonsten das erste spiel welches ich dir zeigen möchte ist harpoel bier schiva dort muss ich nur mal schauen in welcher dieser komischen liegen das stattfindet beziehungsweise qualifikationsrund und zwar hier ist dieses spiel und zwar haben wir einen erstligisten aus zypern bama gustag gegen harpoel bier schiva harpoel bier schiva war letztes jahr ebenfalls in der richtigen europa league dabei diese conference league ist ja ein neu gegründeter zusätzlicher wettbewerb neben der europa league was man davon halten muss ist natürlich fragwürdig ich muss sagen ich halte relativ wenig davon man muss dazu sagen dass vor allem in der europa league schon die großen teams teilweise wenig lust haben teilweise viele spieler geschont werden gerade in den ersten runden deswegen sage ich auch immer ist die europa league tatsächlich erst ab viertel halbfinale und ähnliches tipptechnisch sehr sehr interessant aber ansonsten geben die mannschaften gerade wenn sie mit weltstars gespickt sind eher gefühlt keine 110 prozent was dann häufig dazu führt dass es überraschungen gibt ansonsten würde ich sagen ja harpoel bier schiva wie gesagt internationale erfahrungsspiel um die oberen plätze normalerweise mit in ihrer liga ansonsten war margusta noch ein unbeschriebenes platt zypern wie gesagt ist jetzt nicht groß bekannt für ihren weltfußball für mich das hinspiel ging 1 gegen 0 zu 0 übrigens aus also unentschieden das heißt harpoel bier schiva muss noch was machen das ist ja quotentechnisch auch ganz interessant 2,05 favorit war margusta ich glaube nicht dass es ein großes tor spektakel in diesem spiel geben wird aber quotentechnisch qualifiziert sich harpoel bier schiva finde ich ganz interessant aber es wird schon seine gründe haben warum harpoel bier schiva hier außenseite ist aber ansonsten wäre das tipp für mich nummer eins das problem bei diesen ganzen spielen ist dass die hinspiele teilweise wirklich sehr sehr deutlich ausgefallen sind so dass viele dieser spiele einfach nicht sonderlich interessant sind ein beispiel ja ein knappes beispiel haben wir hier basel 3 zu 1 hinspiel erfolg gegen hamabi wie gesagt auch hier sehe ich basel deutlich vorne sind die nummer eins in der schweiz performanstechnisch überzeugt mich dies bei der heimannschaft ebenfalls geringfügig wie im hintergrund sehen kannst ist dies keine sehr starke performance aktuell und ich glaube wenn basel halbwegs ja mitspielt dann werden sie das spiel gewinnen 1,95 quote ist nur aufgrund der tatsache so hoch dass ja wie gesagt sie das hinspiel mit 3 zu 1 gewonnen haben das letzte spiel in dieser komischen conference league ist aberdeen gegen den fk karabach 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 ist für mich auch eine mannschaft die internationale erfahrung hat die performance technisch ganz ordentlich unterwegs ist hinspiel war eine 1,80 quote haben sie mit 1 zu 0 gewonnen aber die zuletzt am drei zu drei sieglose spieler am stück während karabach keines seiner letzten acht spiele verloren hat und allgemein sie haben internationale erfahrung limasol haben sie auch mit 1 zu 0 geschlagen und haben sich weiter qualifiziert und das ist schon deutlich stärkere gegner wie ich finde ich gehe davon aus dass karabach sich qualifizieren wird aufgrund der tatsache dass das hinspiel nur 0 ja 1 zu 0 für karabach ausging würde ich entweder aufs 0,0 plus 0,5 setzen denn ein unentschieden ist natürlich dann möglich für karabach trotzdem ich würde fast aufs 0,0 aufgrund der 2,375 quote gehen das heißt bei unentschieden gibt es das geld zurück ich glaube dass aberdeen dann irgendwann aufmachen muss und karabach dann auskontern kann ansonsten können wir noch weiter schauen und zwar habe ich hier noch die glasco rangers mit im gepäck und zwar in der europa league qualifikation also für die richtige europa league und dann siehst du das die glasco rangers natürlich klarer favorit sind ja sie haben schon eine saison niederlage kassiert gegen dann die am 1 2 gegen malmö haben sie ebenfalls dann zuletzt im rückspiel verloren ja trotzdem wie gesagt am ende ging es dann weiterhin spiel ging ebenfalls nur 1 zu 0 aus und schaut man sich mal die quote an 1,06 dann siehst du inwiefern glasco rangers favorisiert ist gegen diese mannschaft und ansonsten ja wie gesagt ich gehe von einem glasco rangers sieg ausquote ist noch in ordnung es spielen hier schon ordentliche qualitätsunterschiede dann habe ich noch liga warschau gegen slavia prak slavia prak hat ebenfalls internationale erfahrung liga warschau natürlich auch das muss dazu gesagt werden alles in allem ja glaube ich trotzdem 2 zu 2 ging das hinspiel aus das heißt slavia prak muss an sich was machen aufgrund der auswärts tor regel performance technisch sind sie ein bisschen besser unterwegs ich schätze die tschechische liga ein bisschen stärker ein als die polnische liga wobei da auch wirklich nuancen entscheiden werden 2,0 quote ist natürlich sehr sehr geringfügig ich würde hier eher aufs qualifiziert sich gehen fünf wetten andere zahl schauen wir mal was ja das ganze einsatz technisch würde ich maximal ein bis zwei einheiten auf die spiele setzen was ist mein favorit ich muss euch ehrlicherweise sagen für mich ist karabach hier der favorit ich würde das ganze aufgrund der quote mit zwei einheiten setzen was wie gesagt dann je nachdem was dein budget ist dann entweder 2 20 200 2000 euro sind wie gesagt dass es dann liegt dann an die ansonsten die glasgow rangers ebenfalls ganz interessant da liegen schon qualitätsunterschiede mit dabei slavia prak ist schon relativ riskant für die quote würde ich dann gegebenenfalls doch löschen aber ansonsten die glasgow rangers bietet sich mit einem verdoppler an da muss man dann mal schauen richtung bundesliga richtung zweite bundesliga was es da in sachen verdoppler gegebenenfalls dann für dieses spiel noch gibt aber ansonsten ja basel natürlich auch relativ riskant muss da schon dazu gesagt werden sie haben das hinspiel mit drei zu eins gewonnen sie spielen natürlich auch am wochenende wieder in der liga das heißt der ein oder andere spieler könnte natürlich geschont werden harpoel bierschiva natürlich ja schon ja kann man schwer einschätzen natürlich verfolge ich beide teams nicht live in irgendeiner abfolge ich gehe hier nur auf die bisherigen erfahrungen die ich rund um harpoel bierschiva gemacht habe und auf die statistik ein das muss dir natürlich völlig bewusst sein mein favorit ist der karabach 0,0 tipp gegebenenfalls plus 0,5 noch einsetzen aufgrund der tatsache dass ihnen ein unentschieden reicht maximal 0,5 bis zwei einheiten würde ich auf diese spiele setzen stimmen gerne in der video beschreibung ab ich kann wie gesagt das ganze nur empfehlen umso mehr leute abstimmen umso besser der mit den meisten stimmen wird mit in die statistik aufgenommen ich würde das ganze wirklich gerne gerne weiterführen ansonsten wäre es das mit dem video gewesen lass gerne einen daumen nach oben da würde mich sehr freuen kostenlos aber dann bleibst du mal auf dem laufenden und ansonsten hoffe ich hatte das video gefallen ich wünsche dir noch viel spaß dann heute abend beim fußball schauen und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten video wieder und ich kann nur noch sagen hau rein und ciao